Susi Nicoletti, bürgerlich Susanne Emilie Luise Adele Habersack, war eine deutsch-österreichische Schauspielerin. Sie ist vor allem als Komödiantin, besonders in Stücken von Johann Nepo Mugnestreu und Ferdinand Raimund, hervorgetreten. Jugend und Karrierebeginn Susi Nicolettis Eltern waren die in Graz geborene, italienisch-stämmige Schauspielerin Consuela Nicoletti und der Reedereidirektor Ernst Habersack. Als sie drei Jahre alt war, zog die Familie nach Amsterdam, wo der Vater Direktor einer Bank geworden war. Bereits vor ihrer Einschulung begeisterte sich Nicoletti für den Tanz, sie besuchte eine Ballettschule sowie Kurse in modernem Tanz. 1927 kehrte sie mit ihrer Mutter nach München zurück, wo sie sich mit Elisabeth und Michael, den Kindern des Schriftstellers Thomas Mann, anfreundete. Sie besuchte das Sankt. Anna Lyceum, stand ab ihrem 13. Lebensjahr bei den Münchner Kammerspielen als Tänzerin auf der Bühne und entdeckte ebenfalls ihre Leidenschaft für das Theater. Zwei Jahre später beendete sie die Schule und wurde Solotänzerin an der Münchner Opernbühne. Nach dem »Schwarzen Freitag« war Nicoletti gezwungen, Pläne für ein Studium beiseite zu schieben. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Schauspielschule von Magdalena. Zuvor hatte sie zu Beginn der 1930er Jahre Erfahrungen in der Kabarettgruppe die Weißblaue Drehorgel gesammelt. Von 1936 bis 1940 spielte sie an den städtischen Bühnen Nürnberg. Der Film entdeckte sie 1939 – sie debütierte in Schwarz und Blond. Wien 1940 ging sie nach Wien, wo sie bis 1992 Ensemble-Mitglied, ab 1983 Ehrenmitglied des Burgtheaters war. Von 1959 bis 1961 und ab 1992 wirkte sie am Theater in der Josefstadt. Ihr Debüt am Burgtheater gab sie in Hermann Bas der Franzel. Sie spielte hier über 100 Rollen. Sie war zunächst der Inbegriff des süßen Wiener Mädels mit Temperament und frechem Witz und entwickelte sich dann zu einer differenzierenden Charakterdarstellerin mit präzisem Gestus und großen Möglichkeiten im Komischen. Zu den wichtigsten Stücken zählen das Mädel aus der Vorstadt 1941 und 1961, der Talisman 1981-82, der widerspenstigen Zähmung 1950, der Biberpelz 1950, vor Sonnenuntergang 1963-64, Liebelei 1954, das Weite Land 1978, in der Regie von Otto Schenk, Gira Udu, Amphitryon 1938 und 1955-56, ein idealer Gatte 1961-62 und Bunbury 1976-77. Während ihrer Zeit am Theater in der Josefstadt spielte sie in der Uraufführung die Verführerin und Muse in Joshua Sobolts Polydrama Alma-A-Show-Bits ans Ende 1996 im Sanatorium Purkersdorf unter der Regie von Paulus Manka. Zu ihren wichtigsten Rollen bei den Salzburger Festspielen, bei denen sie ab 1946 mitwirkte, zählen die Viola in Was ihr wollt 1950, Kolombine in Gold ohne ist der Lügner 1952, Marte Schwertlein in Faust I unter der Regie von Leopold Lindbergh und Kressens in der schwierige 1967-68stel mit O. W. Fischer. Von 1983 bis 1989 spielte sie die Mutter von Jedermann. Lehre und Film nebenbei arbeitete Susi Nicoletti auch als Tanz- und Schauspiellehrerin. Von 1954 bis 1989 war sie ordentliche Professorin des Wiener Max-Reinhardt-Seminars, sie gab Musicalkurse sowie privaten Unterricht. Zu ihren erfolgreichsten Schülern gehören populäre Künstler wie Heidelinde Weiß, Pia Duvis, Ute Lemper, Senta Berger, Paulus Manka, Erika Pluha oder Albert Fortell. Nicoletti spielte über 100 Rollen in Film und Fernsehen, meist Komödien, unter anderem Hallo-Dienstmann 1952 mit Hans Moser und Paul Hörbiger. Weitere berühmt gewordene Filme sind Mariandel, Mein Freund Harvey und Comedian-Harmenists. Privatlebend zunächst heiratete sie den Filmschaffenden Ludwig Betag, den sie bei den Dreharbeiten zum Film Mutterliebe von Gustav Utschitschki kennenlernte. Durch ihre Eheschließung mit dem Österreicher Betag erhielt Nicoletti Ende der 1930er Jahre die österreichische Staatsbürgerschaft. 1940 brachte sie ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt. Im Jahr darauf folgte ein Sohn, der in Europa und in den USA als Schauspieler arbeitete. Die Ehe mit Betag wurde am 3. Juli 1946 geschieden. In zweiter Ehe war sie bis zu dessen Tod im Jahr 1984 mit dem Schauspieler, Josefstadt und Burgtheaterdirektor Ernst Heussermann verheiratet. Nicoletti galt als große Hundefreundin. Ihre Leidenschaft begann einst in Holland mit dem Dackel, Leopold. Sie unterhielt nach Heussermanns Tod Wohnsitze in Wien, Los Angeles und San Diego, wo ihre beiden Kinder lebten. Zuvor verbrachte sie den Sommer, wenn sie bei den Salzburger Festspielen beschäftigt war, stets in Niederalm. Nicoletti starb 86-jährig im Wiener AKH, wo sie sich zur Erholung nach einer Herzoperation aufgehalten hatte. Susi Nicoletti ruht auf dem Döblinger Friedhof in Wien neben ihrem zweiten Gatten. Auszeichnungen, Ehrungen, Preise 1977, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst i. Klasse 1978, Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold 1995, Ernennung zur Kammerschauspielerin 1997, Nestreuring 2000, Platin Romy für ihr Lebenswerk 2004, Undine Award, für ihr Lebenswerk als Nachwuchsförderin 2005, Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien 2016. Straßenbenennung Susi Nicoletti-Weg in Wien Favoriten. Straßenbenennung Susi Nicoletti-Ger envoltene Enhastung an Wieners conteúdense Vielen Dank.